Weil ich die Bauzellen schon wieder alle verbraten hab. Eigentlich hätte ich nebenher mal... Achso, mach ich eh. Die Panzerbrechen im Muni. Lass ich hier munter produzieren. Hier haben wir 60 Tonnen von dem Dreck. Und dann brauche ich... Ich müsste hier irgendwie die Nahrung produzieren. Und für das reiße ich einfach das alles mal ab. Alles, was hier so nicht läuft. So. So. Dann mach ich hier mal... ...den hier, ne? Gemüse fehlt. Ach, ich hab hier Obst. Scheiße. Ja, ist ja Wurst. Wie sieht's hier aus? So. Hab ich hier genügend Burger? Ja, habe ich. Fleisch bin ich am Maximum. Immer noch. Lebensmittelkonzern könnte ich bauen. Äh, so. Dann ist hier Ruhe. Okay. Die bringen mir immer noch Werkzeug regelmäßig. Ist auch cool. Die reiße ich auch noch schnell weg. Ein bisschen was von der Infrastruktur lasse ich halt noch stehen. Muss ich ja jetzt auch nicht total zermärmeln. Die nehme ich alle mit. Haben wir hier auch noch Bauzellen. Natürlich. Dann fahren wir hier runter. Holen wir uns da konkret ein paar Bauzellen. So, die haben einen Aufstiegsstopp. So. Hab ich jetzt mal freigegeben. Wir haben die 100.000 wieder geknackt. Bin ich froh drum. Jetzt geht's wieder aufwärts. Die Communicator steigen. Ja. So, jetzt hoffe ich mal, dass hier die Gewürze mal fallen. Nö, immer noch nicht. Fleisch ist immer noch am Maximum oben. Und wie sieht's mit eurem Lifestyle-Produkten aus? Ja. Zu Genüge. Da kommt mein Schiff. Und dann lade ich mal wieder ein paar Bauzellen hoch. Wart halt alles noch geht. Ich brauche. Für drei Kolossus. 45. Durchschlagende. 120 Stahlträger. Und. Und. Und, 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 und. 60. Bauzellen. Bauzellen. Habe ich hier. Zähne. Zähne. Die Träger habe ich. 24. Da brauche ich wohl noch ein paar. Ah. Hm. So. Wird hier eigentlich noch die Träger produziert? Ja. Werden sie. Dann könnte ich hier. Wie werden die produziert? Auf 100%. Auf 20%. Wo habe ich sie denn? Hier habe ich sie nicht. Hier habe ich sie nicht. Da sind sie. Auf 100% werden die produziert. Hm. Ja. Gut. Kann ich den ganzen Scheiß hier ausladen? Gut. Dann werfe ich die mal an. Ne. Werfe ich nicht. Doch. Werfe ich schon. Dann habe ich von denen. 87. 87. Hier habe ich nur 39. Räuchte ich ein paar mehr. Und Bauzellen. Habe ich jetzt 60. Und 60 brauche ich. Ich brauche noch. Boah. Einiges an den Stahlträgern. Und ein paar Panzerbrechende, meine Jungs. So. Beweisen Sie, dass mein Vertrauen in Sie gerechtfertigt ist. Hat muss ich, äh, in Ihrer Stadt, Sonte, wird jemand gesucht. Finden Sie Thor Strindberg. Eine Person. Super. Wo ist die? Wo ist die? Wo ist die? Wo ist die? Besuch ich in die? Job TV. Bedürfnissen. Einfach mal reduziert die Bevölkerungswachs. Zuwachsdauer. Die Steuereinnahmen. Erfolgsgeschichte. Steh. Reduziert die Upgrade-Kosten. Reduziert die Bevölkerungswachsdauer. Wie suche ich denn den? Feuerwehr. Die sagen im Fernsehen, dass wir kleine Arbeiter der ganze Stolz der Firmen sind. Recht haben sie. Hm. Thor Strindberg muss für seine E-Lo-O-L-I-E äh, zur Verantwortung gezogen werden. Ja, ist schön. Und wie finde ich den Herrn? Das hat mir jetzt gut was reingespült. Wie finde ich denn den hier? Kann mir das jemand sagen? Wie finde ich den? Ökologie, Energie, Bevölkerung. Der muss hier irgendwo auf der Insel sein, aber wo ich ihn finden, ist jetzt die andere Frage. Haben Sie hier nicht das Sagen? Ich glaube, Sie sind ganz okay. Die Firma erwartet Ergebnisse. Ja, ist schön. Die Firma erwartet Ergebnisse. Könnte es mir ja zumindest einen Tipp geben, wie ich den hier empfinde. Aber nö. Laber nur dumm rum. Ist schon klar. Ökos. Was haben wir hier? Hm. So. Ja, konzentriere ich mich mal auf die Schiffe. Dann sehe ich schon sechs Stück. Reicht. Die achtzehn nehme ich auch gleich mit. Ein paar Bauzellen noch hier. Nö. Für das fahren wir hier hin. Wie finde ich den her nur? Ich bin so unfähig und weiß es nicht. Hm. Wie könnte ich denn den suchen? War gerade eine blau hinterlegte Person. Noch nichts davon bemerkt. Ich habe ihn aufgespürt. Ich dreh durch. So. Wie bringe ich ihn den jetzt weg? Ah, da ist er. Gut. Brauche ich dann nur noch ein freies Schiff. Dann meine Schaluppe. So. Hier war Bauzellen. So. Dürfte reichen. So. Wieder hier runter. Jetzt mache ich erstmal meine Flotte klar. Nein. Ich habe gerade eben eine Pause gemacht. Dann muss ich nicht schon wieder eine machen. Würde ich jetzt mal behaupten. Äh, ja. Wo kommt denn mein Schiff? Ja. Juhu. 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 Mir wird schon wieder der Alkohol weggeklaut. Äh. Achtung. Produktionsstillstand. So. Schließen. Wo habe ich hier schon wieder einen Produktionsstillstand? Ach so. Beton. Ja. Dann produziere ich halt hier nicht mehr. Reicht ja auch. Was ist jetzt hier los? Was ist hier Phase? Wie viel Alk habt ihr? Auch nur 17. Verarscht mich doch. Ihr Säufer. Wo sind denn meine Säufer? Haben sie Route 3. Da ist das Schiff. So. Das bist du. Fährt eh schon leer hin und her. Alter. Was sauft denn ihr? Ist ja nicht normal. Jetzt brauche ich noch eine Straße. Straße, Straße, Straße. Straße. Dann brauche ich natürlich wieder die Dinger. So. Hier hin. Und. So. Brauche ich noch eins. Schlecht wäre es nicht. Aber wohin? Hier hin. Ja. So. Mache ich gleich wieder so ein Doppelding. So. Da nochmal zwei hier. So. So. Und für den hier nochmal zwei. Scheiße. Dann ist hier Ruhe hoffentlich. Muss ich hier in der Handelsroute nochmal ein Stückchen hochschrauben. Vierer dürfen reichen, schließen. So. Äh. Was mache ich denn? Dann. So. Du kommst jetzt hier hoch. Jo. Jetzt müssen wir nochmal durchrechnen. 122 von den Dingern haben wir jetzt. Passt. Dann habe ich 45 von denen. Passt auch. Und Bauzellen. Und Bauzellen. Habe ich 72. Passt auch. Kann ich nochmal drei solche Kolossus machen. Registriere Energieknappheit. Schön für dich. Echos. Echos. So eins baue ich noch. Ja. Und was fehlt mir zu meinem Glück? Es ist wirklich Überlappung. Ach komm. Baubereich ist blockiert. Nicht im Baubereich. Ach leck mich. H-Bereich blockiert. Ach. Wir kriegen jetzt hier Strom zusammen. Ne. So will ich es nicht machen. Äh. Hier haben wir. Gourmet. Habt ihr auf der Stufe Strom? Nö. Habe ich hier überhaupt Kohle? Ja habe ich. Normalerweise. Aber keine Überproduktion. Deswegen mache ich hier nochmal ein bisschen Kohle. Bääääh. So. Dann hoffe ich funktioniert das. Bääääh. 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 Registriere neues Fahrzeug. Juhu. So. Jetzt sammle ich den Stromberg mal ein. Äh. Items. So. Du kommst jetzt hier rüber. Genau. 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 Genau.